In diesem Video zeigen wir die Funktionen der Fernbedienung LK55FB2. Diese kann neben der Helligkeit auch die Farbtemperatur regeln. Unser Aufbau ist bereits fertig verkabelt. Ein zentrales Netzteil versorgt zwei LED-Controller LK55 mit angeschlossenen CCT-LED-Streifen. Diese LED-Streifen können über wechselseitig verbaute warmweiße und kaltweiße LEDs die Farbtemperatur verändern. Die LK55FB2 erlaubt die Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung. Sie kann bis zu vier Lichtzonen unabhängig voneinander steuern. Außerdem bietet sie drei Speicherplätze für Lichtstimmungen. Wir beginnen mit dem Anlernen der Lichtzone 1. Hierfür zuerst die Fernbedienung einschalten. Eine kleine rote LED oben rechts zeigt, dass die Fernbedienung einsatzbereit ist. Sollte die LED nicht aufleuchten, prüfen Sie die eingelegten Batterien. Zum Anlernen drücken Sie kurz die Learning-Taste am Controller, dann die gewünschte Zonentaste auf der Fernbedienung und schließlich das Farbtemperaturrad. Die LEDs bestätigen das Anlernen durch kurzes Blinken. Sie können nun die Helligkeit und Farbtemperatur regeln. Der Farbtemperaturkreis ist selbsterklärend. Die Taste in der Mitte erlaubt das Dimmen. Weiter unten finden Sie Schnellwahltasten für 25, 50, 75 und 100% Helligkeit. Möchten Sie eine bestimmte Einstellung abspeichern, genügt ein langer Druck auf eine der Speichertasten. Nun verändern wir die Einstellung. Ein kurzer Druck auf die Speichertaste ruft die gespeicherte Einstellung wieder auf. Nun wollen wir eine zweite Lichtzone ins Spiel bringen. Wir gehen genauso vor wie beim Anlernen der ersten Zone. Learning-Taste am Controller drücken. Nun die Zonentaste 2 und das Farbtemperaturrad. Die zweite Lichtzone lässt sich genauso wie die erste steuern. Möchten Sie beide Zonen zugleich steuern, wählen Sie einfach beide Zonen aus. Nun reagieren beide auf Ihre Kommandos. Dies klappt natürlich genauso für drei oder vier Zonen. Wählen Sie immer zuerst die Zonen aus, die Sie steuern möchten. Danach wählen Sie Farbtemperatur und Helligkeit. Nun können wir auch umfangreiche Lichteinstellungen speichern und abrufen. Zum Test stellen wir Zone 1 sehr warm und gedimmt ein. Zone 2 soll kaltweiß und heller sein. Wählen Sie immer erst die Zone und führen danach die Einstellung aus. Drücken Sie nun die Zonentasten 1 und 2 und danach lang auf die Speichertaste 1. Die Lichtstimmung ist für beide Zonen gespeichert. Eine weitere Lichtstimmung möchten wir mit Zone 1 warm und hell und Zone 2 neutralweiß und gedimmt einstellen. Drücken Sie wieder Zonentaste 1 und 2 und nun lang auf die Speichertaste 2. Es sind weiter beide Zonen ausgewählt. Sie reagieren immer noch zugleich auf Ihre Kommandos. Mit einem kurzen Druck auf die Speichertaste rufen Sie jedoch die zuvor gespeicherten Lichtwerte wieder auf. So können Sie auch komplexe Lichtstimmungen ablegen und wieder aufrufen. Generell merken sich alle LK55-Controller sämtliche Einstellungen auch bei Stromverlust. Auch die Speicherplätze sind nach dem Wiedereinschalten noch genauso belegt. Sie können zudem mehrere Fernsteuerungen kombinieren und so zum Beispiel Funkwandsteuerungen mit der LK55-FB2 einsetzen. In weiteren Videos zeigen wir den Aufbau von LED-Beleuchtungen mit Farbeffekten. Vielen Dank für's Zuschauen.